Wunderbar, alles besetzt, Dankeschön. Wir sperren dann bitte ab sofort ein- und ausfahrt zur Rennbahn. Alle Personen, dann bitte jetzt in die Sicherheits-, Achtung, Streckenposten, bitte, Sicherheitszeichen. Alle Hände sind oben, Sicherheit ist vorhanden, wir können starten. Wir sind jetzt in der Renningssee, jetzt wurde die von Bauten, die auf die Klappe ist, oder? Ja, gestern die Zeit mit 1.18.30 Uhr. Jetzt sind wir bei der Startaufsicht nach Hofer-Sicht. Dann gibt es ja beide Speise schon. Dann werden wir zwölf die Ecke. Wir haben Führung in den Christen und dann kannst du das. BAND-ISER-Rund. BAND-ISER-Rund. Rennungsstimme! BAND-ISER-Rund. Bedehung der Sicherheit. Achtung strecken. Bedehung des Sicherheitszeichen. Und Rennung frei. Achtung, Streckenbosten bitte, Sicherheitszeichen. Jawohl, und rennen lang. Bade ist rot, rennen, stopp. Achtung, Streckenbosten bitte, Sicherheitszeichen. Und Häschen 3. Ah, rennen lang. Mein Wanderhausen, da in Hülsland. Mein Wanderhausen. Bremsstrasch für einen Abend mit der Siebauten-Bazine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ölmeister, wenn man das Discus ist, dann platzen wir hier. Trinplatz hier bestätigt. Und wir waren dann auf dem 7.1,7 Grandi, die Rede in der Rune. Und wir waren dann auf dem 7.1,7 Gd, aber wir sind in der 1.2. 7.1. Von dem 7.1 km in der Rune. Das ist ein Ratsch, ein Ratsch. Und hier ist es ein Ratsch. Das ist ein Ratsch. Das ist ein Ratsch.